Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops Zombie Mode. Ja, wir sind heute mal zu viert, zufälligerweise. Wir machen heute das Ascension Easter Egg. Mit dabei ist wieder der Punished Zombie, den kennt ihr wahrscheinlich schon, der Maximilian. Dann haben wir heute den Lars dabei. Servus. Und seit langem mal wieder den Andi. Servus. Servus. So, wir quatschen jetzt mal nicht lange rum. Ascension Easter Egg, das erste von vier. Die wir noch irgendwann mal schaffen wollen. In naher Zukunft. Ich hoffe mal, wir schaffen das jetzt auf den ersten Versuch. Wenn nicht, wäre nicht so schön. Naja, man braucht ja für das Easter Egg ja keine Scavenger. Das war so göttlich. Ich habe mit dem Maxi vor zwei Tagen, oder was vor zwei Tagen? Ich glaube, es war vor zwei, drei Tagen, habe ich Call of the Dead Easter Egg gemacht. Wir haben alles fertig. Und am Ende ist da so ein Typ, das werdet ihr dann auch sehen, wenn wir das machen, der so ein Licht nach oben schwebt. Den muss man mit einer Wunderwaffe töten. Die Wunderwaffe in dem Spiel ist die Scavenger. Was macht er? Er packt die Commando aus. Das bringt sehr viel. Ja. Ja, und dann? Ja, dann habe ich meine komplette Muni in den verballert, um vielleicht noch das Easter Egg zu schaffen. Aber nein, ich hatte keine Muni mehr und bin dann down gegangen und dann haben wir praktisch verkackt. Ja, kacke, genau. Du fasst es in einem Wort richtig zusammen, Andi. Wobei die Commando meiner Meinung nach eine schöne Waffe ist. Das ist so schrecklich. Hätte ja sein können. War ja nicht so, dass er mir 15 Sekunden davor gesagt hat, schieß mit der Scavenger drauf. Ja, ich lade wieder saulangsam. Tut mir leid. Warten auf Verbindung 16. Ja, ich bin bei der Hälfte. Du bist Host und... Egal. Ich bin Host und nehme auf. Genau. Darf ich mich gleich in der ersten Runde downen? Wenn du Lust dazu hast. Okay. Ich hecht mich gleich dann in diese fucking... Wie heißt die? Weißt du schon? Drehdingens. Genau. Drehdingens. Gut, man muss dazu sagen, der Andi spielt das Spiel ziemlich selten. Jo, mehr als selten. Mehr als selten, genau. Die Map haben wir ja schon mal ein paar Mal gespielt, oder? Ja, die Map haben wir schon ein paar Mal gespielt, ja. Und das packen wir schon zu viert. Also ich bin jetzt fertig. Warten auf andere Spieler. Mein Gott, wer ist da so lahm dran wieder? Bei mir steht warten auf andere Spieler. Bei mir auch. So, Juhu, es geht los. Und der Start ist wie immer sehr laut. Jungs, das ist das erste Mal, dass ich zu viert auf der Map spiele. Hey, Oli. Dein Anzug ist blutloschmisch. Uh, in die Zentrifigur. Zentrifigur. Ja, Zentrifigur. Andi, du bleibst an dem Fenster am besten. Ich geh mal nach oben. Lars, du bleibst auch noch an dem anderen Fenster unten, okay? Was ist beim ersten Mal im Fenster, oder? Das sind ja nur drei Fenster. Nein, unter der Treppe, Lars. Lars hier. Unter der Treppe, da. Bei erster Runde einfach einmal messern. Jawohl, es kommt noch einer. Ja, bei mir waren gleich mal fünf. Sind die eigentlich Stärke, wenn man zuviel spielt? Nee, es kommen einfach nur viermal so viele. Ich hab nur einen Kill, Leute. Hallo. Und wenn sich die Zentrifuge dreht, an die am besten nicht drunter gehen. Außer du kriegst. Wie krieg ich nochmal? C. Steuerung leagst du. C kriegst du. So einen würde ich niemals irgendein Spiel gegen oder miteinander spielen. Wie krieg ich nochmal? Ja, egal. Ich mach mal hier ganz kurz Teddy für Easter Egg Song. Der Fekt hat einen, dass ich dank Ascension in Chemie Ex eine Eins hab. Wir haben über zentlisch die Fugen geschrieben, ja. Ähm, an die zweite Runde siebenmal schießen, einmal messern. Langweilig. Lang. Oh, jetzt kommen schon mehrere, du. Ah, da drehen sie auf, wo? Ich mach meinen Sound ein bisschen leiser. Hallo? Hallo? Kacke, ich bin reich. Was bist du? Ich bin reich. Du bist reich? Ja, ich bin Bonzen. Ich hab die wenigsten Punkte. Oh mein Gott, Andi ist besser als ich. Andi, davon würde ich einen Screenshot machen an deiner Stelle. Ich bin besser als Oli. Scheiße, ich bin besser als Oli. Scheiße, ich bin der Schlechteste. Andi, zwei, äh, achtmal schießen oder am besten, besten neunmal und dann messern, wenn es nicht geht mit Messern, einfach kurzen Schritt zurück, bis die Zombies sich da wieder eingezogen haben. Hä? Äh, bei mir kommen hier drei durch und ich hab schon keine mehr mehr. Bei mir kommt es wie so, bei mir kommt gerade auch, okay, bei mir kommen weder welche. Bei mir auch. Äh, bei mir sind zu durchfunden. Soll ich, das war echt dumm absichtlich, ich muss nur besser, kein Thema, kein Thema. Ja. Ja, doch, das sind meine Punkte. Meine auch. Was ist der Lars? Hä, was war denn los? Das war ne Newt, die... Ihr müsst... Okay, ihr müsst mal Andi jetzt wirklich entschuldigen, der spielt das echt so seltene Spiel. Also ne Newt, die explodiert. Ja, gut, ich weiß schon, was ne Newt ist. Ja, und die macht halt ein paar Zombies kalt. Fünf Minuten lang, unnötig, meine Punkte, was denn los? Ich hab nur noch sieben Schuhs, gay. Ich hab schon lange keinen mehr, sollen wir weitergehen? Ja, würd ich sagen. Okay, dann kommt verheiratlich. Oder wir warten auf Max-Ammo. Ne, gehen wir, ne, da müssen wir sie rauskommen lassen. Komm mal hier hoch, Andi. Ja, warte, ich komme. Dann darfst du die Treppe benutzen, ja? Maxi, du machst auf. Echt? Ja. Treppe? Reicht es? Treppe, das ist das, wo drunter du geboren bist. Reicht es, wo du geboren wurdest. Boah, boah, boah. Einmal hier eine MP5K für alle. So, Oli, wir haben das bis jetzt immer zu zwei. Oh, ja, oh, ja, da renne ich mich an alte Zeiten, gell. Wo wir mit, äh, Pilch, die Flopper, da und die Dolphin-Dive drunter sind. Ja, wo mach ich? Ähm, wir bleiben einfach mal, ne, nicht da rein, Andi, da wüsste nur getrappt. Bleib einfach hier im großen Bereich am besten. Ja, ich baue nur schnell. Was baust du? 8 Instacill, Messern? Oder Pistel. Oder Pistel. Ja, wenn da mal ein Gegner wäre, dann würde ich auch was machen. Stimmt schon, wo kommen die Zombies? Da unten kommen ein paar. Und Double Points. Und Max Ammo. Jawohl. Alter, Drops for Days. Hätt ich jetzt einen Bringer, Mann, das wär lustig. Glaubst du das selber nicht? Ich würd sagen, wir machen so schnell wie möglich den Strom auf, dass wir boxen können. Ja, also den Weg zum Strom. Lass den letzten Mal übrig, am besten. Ich seh keinem. Okay, das ist der letzte, glaube ich. Egal, machen wir auf. Haben wir eigentlich Ancutt oder haben wir nicht Ancutt? Ja, wir haben einen Cut. Andi, geht, ich mach's zum Crawler. Bin schon dabei. Nein! Du Penner. So. Okay, das ist ein langsamer Crawler. So. Andi, komm mal bitte mit, dass du... Komm mal, weil ich hab wieder am wenigsten. Aber ich hab grad eben echt 2, hab ich da wüscht, ey. Okay, Strom ist an. Jo. Okay. Okay, jetzt gehen wir zur Box, bis wir den Gersh Device kriegen. Ganz genau. Ich behalte... Soll ich halt das cool? Soll ich nehmen? Nee, lass. Die bringt's nur gepanscht mit PHD. Aber dann würde ich sie, glaube ich, sogar nehmen. Find ich auch. Andi hat keinen Plan, aber macht einfach mal mit. Aber Easter Egg wird dir Spaß machen, wenn ich... Die brauchen wir auch. Warte. Warte, darf ich auch? Lass, dir hast du Matschuschka-Dolls, oder? Ja. Warte, mach ich hier mal Matschuschka-Dolls, mach ich mal einen Haken. Hä, wieso? Ah. Ey, komm, Sir, komm. Ja, warte, wie Boxen noch. Die sind besser als Pistol. Aber trotzdem soll ich noch mal, da hab ich allerdings keine Kohle mehr. Ja, kannst du machen. Wuhu, ich verarsch grad den Crawler. Ah fuck, ich wollte ja eigentlich... Ah fuck, ich wollte eigentlich Mastingen-Zellier haben, ah, egal. Wuhu. No, das ist gut. Ich dachte, ich bleib über den Crawler. Okay, jetzt... Wenn wir jetzt Gershch kriegen, dann ist es gut. Was? Ah, okay, ja. Ja, egal. Spaß. Gut, dann noch eine Runde, oder? Sicher. Ohli, komm nicht zu mir, weil ich verarsch grad den Crawler. Ich messe ihn gerade. Du Penner. Das waren meine Punkte. Oh. Ja, eine Runde-Mitleid für mich. Aufgehendsfenster hier reicht. Komm, 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 komm. So. Schlöcher. Wer ist jetzt cool und ballert? Er hat das war mein Fenster. Ja. War nämlich was anderes. Ich hol mal, ich hol mal den... ...den... 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 Ready. Ja, was macht ihr denn da jetzt? Ja, dann will ich... Da ist ein Max Ammo, nachladen. Ja, ja, ich bin schon. Ich hab eh fast keine Munition mehr gezahlt. Ich hatte noch volle Munition. Andi, wenn's... ...wenn du irgendwie Probleme hast, hier ist jetzt der Lander, ja? Ja, da kann man dann so weg... Einfach drauf gehen, F drücken, wenn du Probleme hast. Aber dann... Okay, ja. Kein Pro, Alter. W? WTF, seit wann gibt eigentlich Ballistic Knife keinen One-Nife mehr? Alter, jetzt auf Runde 5 schon. Ja, ich muss da einmal grad Doppelknifen. Okay. Das ist strange. Ich bin mir jetzt... Ich bin ein bisschen unsicher. Sparen wir auf... ...Jugger oder... ...gehen wir weiter zur Box? Also für East Egg wär, glaub ich, Jugger eigentlich nie schlecht. Jugger ist generell nie wirklich schlecht. Ja, für East Egg wär's halt extrem besser. Ja, dann würd ich sagen... ...machen wir nach der gleich noch ne Runde, dass ich wenigstens ein paar Mal Jugger kaufen können. Also ich kann mich nicht so noch jedenfalls Jugger kaufen. Keine Ahnung, ich hab schon 5,5,5,5,5,6... Ja, du brauchst noch... ... du brauchst noch 1,5,5,5,5 Punkte. Wie viel, wer bist du? Lass uns das grün. 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 Dann lass mir ein paar Punkte bitte. Der Andi ist blau wie immer. Oben, Oben sind welche. Oben. Ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Ich hab am wenigsten, das wär ganz gut. Ja, dann, Maxime, komm hoch. Ich komm schon. Wow, das ist eins. Eins. Hör. Ja. Unnötig. Ich take that Fenster, I take that one. Wow, knapp. Komm, jetzt kommen keine. So, wenn ich mich anstrengere. Andi, ich geb den Tipp, komm mal hier raus, komm hier raus. Nee, das ist cooler hier zu stehen. Nicht wirklich, weil wenn die Zombies dann von hinten kommen, ist nicht so gut. Hahaha. Oh Gott. Deswegen coverst du mich ja. Nee, deswegen hockst du dich einfach hier hin, dann hast du mir Ausweichmöglichkeiten und kannst genauso aufs Fenster schießen. Nomm, 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 nomm. Jetzt kommt keins. Das finde ich nicht lustig. Nach der Runde, denke ich, habe ich Jugga. Könnte ich auch schaffen. Das glaube ich nicht. Ihhh, der Zombie ist hässlich. Also falls mein Aiming irgendwie total beschissen ist, wie gesagt, ich zocke mit 30 Frames anstatt mit 60. Wow. Und sobald wir Jugga haben, kommen die Affen. Wahrscheinlich gleich nächste Runde, da müssen wir ein bisschen Jugga decken. Achtung, Andi, Achtung! Wenn kein Max Ammo kommt, schaffe ich es doch nicht. Dann kauf du halt einfach. Hauptsache, du gehst nicht da. Echt jetzt Runde 6? Zwei Hits mit Ballistic Knife? Okay, Lars, lass uns mal ein bisschen Punkte. Und wie sieht es bei mir aus? Ey, du brauchst 2.500. Alle Leute, hier sind welche? Ja, perfekt. Okay, alle mitkommen, alle sofort Jugger kaufen gehen. Hab ich nicht. Ah, fuck, wir müssen... Lars, mach ne Tür auf, bitte. Hier. Da, wo der Maximilian und ich sind. Ah, hier ist Insta-Kill. Das ist ein Todbringer. Ah, fuck, das war... Ja, egal, kaufen wir uns schnell Jugger. Das ist Max Ammo gewesen. Ja, dann hol's. Nein, es war ein Todbringer. Jetzt kannst du dir keinen Jugger kaufen. Lars, musst aufmachen. Nein, ich wollte Jugger. Der ist super, jetzt kann ich mir nicht mehr mehr Jugger kaufen. Trollolol. Ja, warte, wir kommen gleich wieder. Du hast ja Todbringer. Ich töte einfach so ein paar Viecher. Mann, ey. Ich bräuchte übrigens langsam ganz nebenbei Muni. Mit fünf Schuss in der MP5. By the way. Das ist aber auch lustig. Wir kriegen den Todbringer für 90 Sekunden, wenn wir das Easter Egg zu Ende machen. Das ist der Reward. Jetzt hab ich da fast keine Munition mehr. Ich hab fünf Schuss. Okay, lasst nach der Runde mal unbedingt einen übrig. Boah, fuck, Leute. Ja? Ich will echt nicht down gehen so. Boah. Ja, dann kauf dir doch Muni. Geht noch nicht. Oh, hat Todbringer. Double Points. Wuhu. Insta-Kill-Holes. Ne, egal. Ja, so Insta-Kill wo? Jawoll. Double Points, Insta und Todbringer. Wo sind die fucking Zombies? Hier. Okay, lasst aber unbedingt einen übrig. Neige dich vor mir. Okay, das ist am Fenster, das ist der letzte. Sind die zwei letzten oder? Ne, da kommen noch ein paar. Ich mach nen Crawler. Oh. Achtung, es ist noch Insta. Ah, stimmt. Achtung. Oh, oh. Ich hab auf alle Fälle keine Munition mehr. Hey, wo ist Jugger? Ich kauf mir Muni. Oh, 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 oh. Andi, pass auf. Hallo. Warte da. Okay, wer hat doch keinen Jugger? Ich. Oh. Dann Andi, komm mal mit, dann kaufst du dir jetzt Jugger. Und last du auch. Ich hab schon. Okay, dann Andi, komm mit. Äh, magst du mir dann verarschst mir ein bisschen um den Crawler? Ja. Wuhuhu. Dive and dive across the Crawler. Ich glaub nächste Runde. Es wär gut, wenn wir jetzt den Gersh-Device kriegen würden, weil dann die nächste Runde, also den nächsten Schritt fürs Easter Egg, die müssen wir in der Affenrunde machen. Deshalb wär's gut, wenn wir den jetzt schon kriegen würden. Und es wär gut, wenn ich nochmal bisschen... Äh, hier liegt ein, äh, B-b-b-b-ballistik. Ja, ja, klar. Nein. Olli? Was is? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaub, ich hab's gesagt. Was? Nee, hast du nicht? Guck mal dann Olli, ob ich die nehmen soll. Echt? Doch. ein Teddybär Juhu, jetzt verschwindet die Box und geht an einen neuen Platz Oh, wie assi Oli, schau mal, wie viel schon aufgenommen ist, wie lange Jaja, jetzt Ich hab noch Ur, das hat mir keiner gepeilt Hab ich dafür jetzt Geld rausgeworfen? Ne, das hast du zurückgekriegt Wir müssen jetzt einfach schauen, wo die Box hingeht Wo bist denn du jetzt wieder hin, Oli? Ich bin wieder dahin, wo wir die ganze Zeit gecampt haben Dann brauch ich jetzt über eindeutig Munition, oder? Dann kauf ich jetzt mal Munition Ich hab Haka Wow, was machen wir mit dem? Keine Ahnung, einfach verabschiedet Einfach erstmal übrig lassen und ihr geht mal zur Box, bitte Dass wir vielleicht ein Gersh über Scream Ne, du nicht, du hast Sonderrechte Das ist ja ganz gut, dass die da ist, oder? Ja, das ist ziemlich praktisch Es geht zur Box Die nehm ich, oder? Ja, nehm sie mal, nehm sie Das ist Einfach weiter Boxen Wenn du ja auch nochmal boxen Ja, bis wir den Gersh die Weiß kriegen Das ist, wenn wir die so Runde nicht kriegen Ja, dann müssen wir noch ne Runde machen Willkommen im Club Hab auch nicht Spaß Ich hatte mein Gott weggelegt Uh uh Und Andi nochmal Andi komm Lucky Punch Das ist ja immer Im Maximilien sieht so behindert aus sonst er nehmen sie die brauchen wir nehmen sie nehmen sie benutzen nicht aber behalt sie weil wir brauchen sie für sie ist weg okay war um um das ist das ist eine kasse Umstellung wie vor Ort war jetzt würde ich sogar gebetet von der Leiter auf der Olli bei was wie viel aufnehmen 17 warum ja weil da musste einmal piepen hihihi aaaah 17 anders klar Willst du das im Eifer des Gefechts dann aufschreiben? ja keine Ahnung ich muss mal kurz machen ich hab gar nichts gehört egal da müssen wir jetzt da müssen wir jetzt halt noch ne Runde machen ähm wenn jetzt wenn jetzt Affen kommen gehen wir alle zu Jaga runter okay okay weil so erstmal hier stehen bleiben wenn wenn's wenn Affen kommen ist glaube aber Andi hier stehen bleiben es ist ganz unauffällig es kann sein dass ich eventuell wenn meine Mann kurz reinkommt wegskippen muss ja aber aus dem Spiel fliegst du sehr schnell raus wenn du wegskippst mach einfach ja das ist besser als wenn ich meine Mami die Eier abzwickt das ist nicht besser aber du kannst nicht nachjoin da müssen wir alles nochmal von vorne machen oder du schaltest dein Bildschirm aus oder du schaltest dein Bildschirm aus und ohne Eier gefällst du mir immer noch Andi keine Sorge dann bin ich ja froh Hauptsache überlebt den Scheiß ja ich sag ich mach's ja nur gegen Zombies Feierseil alle Box alle zu oh oh Max ein perfekt Achtung Leute passt auf hier bei der Box Thunder Gun ja nehmen sie Thunder Gun brauchen wir Lass mich Boxen Lass mich Boxen Lass mich Boxen Pass auf könnt ihr mich mal ein bisschen decken bitte soll ich auch mehr Boxen ja die Box kostet gerade nur 10 ja nehmen sie einfach nehmen sie können wir mehr Boxen nehmen sie doch ja ok egal an die Zeit wieder den Vollpreis Achtung Leute aufpassen Lass den Lass jetzt mal welche übrig welche ja und mindestens mal ein zweites für einen Crawler machen können und lass sie am besten unten übrig ok ich mach mal einen Crawler da hinten ok woher der außerdem Dankeschön ok die Crawler am Leben lassen sie ja sie sie Vielen Dank.